Musik 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 Ja, Bruder, ich habe sehr Hunger. Wir haben jetzt schon gerade die Fasten gebrochen mit einer schönen Dattel und Wasser. Ich habe übertrieben Hunger. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Super, sind's. Super. So, laden. Voll. Wallah, super. Arda, du hast Barricade gebracht, Bruder. Du hast Barricade gebracht. Guck mal, wie lange es ist. Heute ist der Öffnestag. Ist wirklich geistkrank, ja? Wallah, crazy. Danke. Salam. Wa alaikum salam. Super. Wallah, auf diese Pommes warte ich schon die ganze Zeit. Bruder, das ist die Pommes. Das ist die Pommes? Spezialsoßen? Ja, Bruder. Boah. Mmh, mmh. Schön frisches Salat. Rote Zwiebeln, sehr, sehr wichtig. Und hier schön das knusprige Hähnchen. Super. Äh. Äh. Super. Guck dir die Juiciness an. Arda. Bruder, ich schwöre. Boah, Bruder, ich schwöre. Ist die Sahne auf der Torte. Ich schwöre. Aber du wirst unsere Limette? Perfekt. Perfekt. So, Arda. Ist für mich? Ja, das ist schon dein Bruder. Der Döner ist da. Ich versteh die Frage nicht. Ich hab unglaublich Hunger. Ich hab unglaublich Hunger. Gucken wir uns erstmal schön an hier. Der schön glänzt. Hübsch ist auf jeden Fall. Ja, der ist schön. Er ist wirklich sehr schön. Ist ein sehr schöner Döner. Ist ein sehr schöner Döner. Da kann keiner was sagen. Alles gut. Auf Wiedersehen. Für Arda ist nochmal wichtig, dass da kein Fett drin ist. Er weiß schon. Er weiß schon. Ich hab beim Hersteller gesagt, extra weniger Fett bitte. Nein, Spaß. Also bei uns ist kaum Fett drin. Das erkennt man unten direkt. Null fettig. Das liebe ich. Wie ist dieser erste Biss, Bro? Diese geile Mitte. Diese schöne Säure. Aber direkt so mit den Gewürzen, mit dem Käse und sowas, Bruder. Hol dich direkt ab, Mann. Hol dich direkt ab. Ist mir egal, dass die Leute sagen, weil ein Bruder von mir ist. Ich sag dir ehrlich, ich will ich besser Gemüse Döner. Arndal. Für mich auch besser als Rüyam. Tut mir leid, ich sag jetzt den Namen. Aber ist mir egal. Offiziell, Bruder. Arda, die Eiz, Wallah, mein Bruder. Du bist ein Löwe, Wallah. Viele werden sagen, ne, übertreib mich auf. Ich steh zu meinem Wort. Stark, Digga. Das, was Arda sagt, mein Arda hat wirklich armvolle Essen. Was ist das? Das bedeutet mich schon sehr, sehr viel, Alter. Danke, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Ja, ja. Ich bin nicht ehrlich. Ich hab für Arda in einer Woche eine Überraschung. Eine große Überraschung. Und das, und das hat kaum einer. Überraschung. Sag ich noch nicht, Bruder. Sag ich noch nicht. Sag ich noch nicht. Brüß dich im nächsten Vlog, okay? Klar, klar. Ich war beide am Geschenk. Echt? Ja. Beide am Geschenk an dich. Bruder, warum sagst du mir das jetzt aber, ja? Maximales Geschenk. Du wirst dich freuen, Wander. Mh, 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 Mh. Super. Darf ich kurz mit reinkommen? Ja. So, hier hast du deinen Bruder Halloumi Falafel Bowl. Ist auch schon ready? Jawohl. Und den lege ich mal so hin, Bruder. Wow. Das ist unser Mann drin. Okanabe Maschine. Salam Aleikum. Er macht die Dünne hier. Auf jeden Fall. Also hier haben wir Halloumi Falafel. Das ist so die Dings Bowl, so die... Veggie Bowl mäßig. Veggie Bowl mäßig. Für Veganer. Bestellen das viele hier im Büro? Sehr viele. Ja? Ja. Echt? Wir haben tagsüber viele aus den Büros. Ja. Und viele von denen essen kein Fleisch. Und das ist eine gute Alternative für die. Falafel kommt jeden Tag frisch. Einen arabischen Hünge bringt die uns hier. Jeden Tag. Er macht ihn frisch. Halloumi auch Maximum. Und der Rest ist schon Sengleich. Ist mit Reis drin oder ohne Reis? Ohne Reis. Wie läuft es bei euch? Dürren? Echt? Echt? Eintrink besser als Döner sogar. Dürren wird mehr bestellt als Döner? Ungefähr gleich, Bruder. Hätte ich niemals gesagt, ja. Die Leute denken sich, warum hält der die ganze Zeit den Döner und isst nicht? Die hat Vince in der Kamera und er denkt, was er aufnehmen muss. Ich helfe dir warm für dich, Bruder. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Sonst die Leute, die da erschienen, haben wir so lange gekriegt. Warum isst du auch so sein Döner nicht? Warum isst du auch so die ganze Zeit sein Döner nicht? So Döner ist weg. Findest du sehr ehrlich, Bruder? Sehr, sehr gut. Wirklich. Sehr lecker, oder? Das ist jetzt normales Lavaschbrot, ne? Oder habt ihr so... Das ist Südenbrot. Das ist Südenbrot. Das kommen wir morgen auch vom Bäcker, also frisch gemacht. Ja. Das ist nicht so in der Packung oder was Käse. Ja, ja. Das ist nicht so. Das wird jeden Morgen beim Bäcker frisch gemacht und wird dann hergeliefert. Sehr... So der Käsegekern. Sieht sehr juicy aus. Digga, beim Döner ist dieser erste bisschen noch intensiver als beim Döner. Echt? Ja. Merkst du jetzt. Was ist los, Salat? Einfach Salat nehmen. So intensiver einfach rein. Ja, intensiver. Was sagst du? Erster Eindruck, Döner? Bruder, Walla, erstmal... Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Was war das? Nochmal. Hey, dude. Bruder, ich sag dir ehrlich, mir gefällt Döner sogar besser, ja? Ja. Ohne Spaß. Was sagst du? Döner oder Döner? Döner, wa? Ich wusste, er sagt Döner, oder? Ich wusste was. Bei mir gibt es immer so Phasen. Ich habe so meine Woche, wo ich nur Döner esse und dann eine Phase, wo ich nur Döner esse. Ganz ehrlich, für mich ist Döner viel besser. Also was heißt viel besser, aber ich würde... Das ist so Maximum, ne? Maximum, ne? Ja, guck mal. Ich empfehle immer Leuten, die zum ersten Mal kommen, einen Döner zu essen. Das ist so ein guter Einstieg. Und das ist dann so der Endgegner. Er soll den Döner erstmal kennenlernen und dann den Döner so küssen, lieben. Isst du? Isst du jeden Tag denn Döner? Jetzt zu Ramazan? Ein, ja. Ein? Ein zu Iftar, Bruder. Aber ich muss auch sagen, wenn du jeden Tag isst, dann denkst du dir, okay, das reicht. Wenn das wirklich jeden Tag isst, denkst du dir am zehnten Tag... Wie viele Döner hast du jetzt mittlerweile gegessen jeden Tag? Ähm... Seit der Öffnung. Ja, seit der Öffnung. Also so 30 Tage fast. Maximum, sehr ehrlich. Weißt du, was du zum Bowl sagst? Was war Döner preizmäßig? Döner 57, Döner 56 und die Bowl kostet 11 Euro. Aber die Bowl ist auch halb sehr groß. Ist wirklich groß? Ja, ja, die ist echt groß. Da ist wirklich sehr, sehr viel drin. Guck mal, ist auch sehr tief, weißt du, ich meine? Ja, ist sehr tief. Ardras, ich verlieb in den Dürren, Bruder. Ich mag es, wenn das Dürrenbrot so außen so... Die Leute werden jetzt sagen... Sag mal. Wenn es immer so gartig ist. So sagen wir, dieses teigig. Ja, ja, ich kenn das. Weißt du, was du meinst? So dieses warme, teigige so... Ich kenn das, ich kenn das. Wow, Bruder. Er ist dann rasierend. Aber, Bruder, denn der Laden... Ist das jetzt wirklich mehr als sonst? Ja. Heute? Ja, ja, heute schon. Guck mal, wir haben Glück gemacht. Wir haben Glück gemacht. Ja, Bruder, ja, wirklich. Wir haben Glück gemacht. Erstens ist es Samstag. Es war Top-Wetter heute. Am Wochenende ist es meistens so, dass unsere Gäste immer von außer Berlin sind. Weil es ist grad Trend, dass immer so Gruppen in Berlin Urlaub machen. Über Samstags an der Käse und Westen, ich meine. Und das passt halt sehr gut, Digga. Die können dann immer hier essen. Allah razus wa madallian. Das ist wirklich so... Also du merkst, die Leute, die bei dir essen kommen, sind öfters außerhalb Berlin? Ja, sehr, sehr. Also es ist grad Hälfte, Hälfte so. Die Hälfte ist außerhalb Berlin, die Hälfte ist aus Berlin. Ende auch mehr Berliner und am Wochenende mehr außerhalb Berlin. Safe. Jamba auch schon wieder? Ja, Jamba auch schon. Salam, Jamba. Salam. Super. Jetzt kommt, Digga. Der Gehirn-Trigger, der aus meinem Kopf nicht rausgeht. Super. Super. Du kommst im dritten Gang, die schöne Oggi-Bowl. Super. Super. Mit Halloumen und Falafel. Ja, Bruder. Du erzählst mir kurz das Konzept von der Bowl. Du hast mir's grad gesagt. Ja. Also, normalerweise dachte man, dass man vielleicht noch Pommes und so reinmacht, aber lohnt sich nicht, weil gegrillt Gemüse ist eh schon drin mit Kartoffeln, etc. Genau. Das verdoppelt Gemüse. Weißt du, was ich meine? Also in der Bowl ist Gemüse drin, viel Gemüse, da ist Salat drin. Arda hat das mit Halloumen und Falafel bestellt. Halloumen und Falafel, unsere Soßen, unser Schafskäse, dann etwas Vimette. Das ist halt nochmal der Geschmack ohne Brot. Hast du den... Ich find geil, hier gehst du jetzt genau, was für Gemüse überhaupt alles drin ist. Also schön Karotte, Aubergine. Ja. Und zu unserem Grünsalat, also wir haben kein Eisberg, wir haben Nolo Bianda, wir haben Babyspinat, Feldsalat. Was war das? Vierte Jahr bekannt? Noch irgendwas, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Nee, keine Rucola. Ah doch, Rucola. Doch, Rucola. Ja, ja, Rucola. Das ist eine Mischung aus allem so. Hat was? Ne Falafel? Ich mag die Falafel. Wie so, irgendwie schön brödelst du ein bisschen, weißt du? So, du denkst... Hast du auch ein bisschen Zimt drin? Kann sein, man. Ernsthaft, ist das süß? Ja, ja. Hat was Süßes. Ich bin ein bisschen Zimt drin. Ich weiß, was du meinst. Hm? Hm? Ein bisschen. Probier mal, Bruder. Ein bisschen Zimt. Ein bisschen Zimt. Kleine Süße. Aber sehr lecker. Wie auch diese Süße, salzige. Super. Digga, du hast halt in dieser Bowl süß, scharf, salzig. Sauer. Sauer. Das ist so in einem Bowl, weißt du, wie ich meine? Philipp, was Hanoumi ist? Grillkäse. Ich bin Käseliebhaber. Echt, ja? Ja. Jeder, der gerne Halloumi isst, genau wissen, was ich meine. Das ist quietschig, magst du? So ist es quietschig einfach in deinem Mund zusammen. Ja, das ist geil. Ich mag das auch sehr, Wallah. Das ist wirklich eine deftige Bowl. Also, ja, ja. Es ist viel drin. Ja, sehr viel drin. Die macht auf jeden Fall satt. Die macht auch Arda satt. Okay, bei Arda weiß ich nicht so. Ich glaub nicht. Aber die macht auch Arda halb nicht satt. Ey, hol mal noch eine Bowl, bitte mal hinten. Jetzt fehlt noch die Pommes. Ja. Also, ich rede nicht groß. Ich bin eigentlich ein Mensch, der nie groß redet. Aber bei unseren Pommes rede ich groß. Rede, rede, Bruder. Rede, rede. Ich sage mit Ansage unsere Pommes Top 3 in Deutschland. Mit Ansage. Du liebst Pommes, ich weiß. Ich liebe Pommes. Süßkartoffeln und normale. Ich bin ehrlich. Wenn du so redest, ich bin eh die ganze Zeit ehrlich, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bis gleich. Meine Damen und Herren, willkommen zu den berühmten Pommes. Arda ist ein Pommes-Liebhaber und wir haben hier, sag ich, Top 3 Pommes aus Deutschland. Oder nicht mal aus Berlin. Du sagst Deutschland. Deutschland. Okay. Aber wir sind Dönerladen. Wir sind Dönerladen. Ich bin am heiligsten auf die Pommes. Renn dort. Du sagst hier, die scharfe Soße passt perfekt dazu. Es erst mal ohne Soße und danach mit Soße. Ein Pluspunkt. Ein Pluspunkt. Dünne Pommes. Dünne Pommes ist einfach ja. Dünne Pommes sind einfach. Dünne Pommes sind einfach, ja. O decike Pommes sind einfach gar nicht. Mach ich schon anders kurz. Mach ich schon anders kurz. Auch so die kroketten und so gar nicht. EHAHAHA HACHID Warte, sag noch nichts, bitte. Esst mal ein bisschen, esst ein bisschen. Oder soll ich sagen, was man Gänsehaut einfach macht? Oder probier mal bitte. Esst mal eine Soße ein bisschen. Scharfe Soße. Also hauseigene scharfe Soße. Eine Frage. Habe ich zu viel versprochen? Perfekte Salzen, Kräuter oben drauf. Außen schön knusprig, innen drin schön... Kartoffelig. Ja, so, Bruder. Eine Portion, wie viel kostet? 3,50. Die ist auch wirklich groß. Also unsere Pommes sind nach dem Döner der absolute Renner. Nach dem Dödem. Nach dem Dödem, ja. Ist gut, Chips war so. Geht so runter. So, wir hatten jetzt noch Bock auf was für Süßes. Super Eis. Eis Henry. Eis Henry ist eine Legende, Bruder. Wirklich? Eine Legende. Wir sind jetzt hier in Moabit. Ich bin gespannt, ja. Ihr habt Empfehlungen? Melone bei mir. Melone? Schokolade, Kokos, Nuss, Erdbeere, Mango, Heilbeere, Rumtraum. Joghurt, Melone, Vanille, Zilt, Schoko-Split. Äh, was ist das? Karamell? Weiß ich nicht. Arda, was ist deine Favorite-Eissorte? Boah, schwer, ja. Wenn du so eine auswählen musst, welche nimmst du? Du hast noch ein Eis in deinem ganzen Leben. Vanille. Vanille-Eis? Ja. Interessant. Deins? Team Joghurt, Bruder. Ich liebe Joghurt-Eis. Joghurt ist auch geil, ja. Ja, sechs Euro Becher. Zähl? Ja, 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 nimm mal sechs Euro Becher. Bruder, das ist gut als dein Kopf. In meinem Kopf. Kokos, Schokolade. Du meinst Milone, ne? Vanille auf jeden Fall. Müsst du Zimt oder Melone? Echt? Melone, passt nicht. Ja, dann nehme ich Zimt. Einfach ganze Packung wie bei Band & Germany's mäßig, ne? Bruder, was ist das denn? Das sind wir sogar fünf Kilo. Super. Wow. Boah, Bruder. Was riecht so ein Teil? Reiß ich gar nicht. Ich weiß nicht genau, was ich weiß. Stark. Eis ist schon creamy. Creamy? Mhm. Ander kann ich mit essen, Bruder. Wirklich? Okay. Bruder, ich kann ja es mit Bruder nehmen. Sehr cremig, ne? Ich mag eine Konsistenz. Ja. Was ist Sorki? Egal, ist das Thema. Wenn ich mein Leben lang nur noch eine Süßigkeit essen, könnte ich das Eis. Hart. Oh. Eis. Eis. Du bist so ein Eismensch? Wirst du? Ich will Eis vor allem ziehen. Sag mir warum. Sag mir warum. Weil Abas Herz so warm ist, braucht das ein Ausdruck. Bei mir? Hätte ich eine Wahl. Ich puste einfach das Eis. Hab ich's gesehen. Bei mir wäre es, glaube ich, Kinderbueno. Ja? Ich liebe Bueno. Wenn dein Leben lang noch was für die ist, was bei dir ist? Maxikin. Maxikin? Maxikin, auch Maximum. Du, Jackson? Eine Süßigkeit. Aber nur in dem Leben, dann darfst du noch was essen. Ich will verändern. Eis ist schon krass, aber... Kann ich ändern? Ja. Lila Ballisto. Boah. Lila Ballisto, Bruder. Wie schmeckt das da? Kennst du nicht Lila Ballisto? Doch, Bruder. Aber scheiße, ich hab's schon mal gestern war. Aber das hat mich gefreut, ich kenn's den an meinem Bruder. Wie sind wir sicher? Der kennt Lila Ballisto. 1 bis 10. Eis? Bruder, wirklich sehr lecker. Also ich bin Eis-Falatica. Also der ist schon eine sehr gute Meinung. 10 würde ich nicht sagen, aber das ist eine sehr gute Meinung. Ey, wirklich, auch die Schmecker sind nicht so knifflig. Soll ich jetzt Fazit machen drauf? Ja, komm. Ernsthaft jetzt? Mach ein Fazit, erst mal nutzt du den Pommes. Hast du im Baby mal besser gegessen? Ehrlich. Ich muss ehrlich sagen, die Goldies-Pommes mag ich auch sehr gerne. Weil die auch sehr dünn knacken sind. Ja, auch Maximum. Oder auch Maximum. Ein Maximum? Mag ich auch sehr. Aber Goldies hat zum Beispiel nicht diese Kräuter drauf. Ich hab Goldies damals zu 9,5 gegeben. Weil die mit Kräutern sind, gebe ich denen 9,7. Oh. 9,7 für Pommes? Also, aber ich bin ehrlich, ich mag Süßkartoffeln mehr. Okay. Also, wenn ich Pommes esse, esse ich normale Süßkartoffeln, so wird's weiß auch. Ab nächster Woche haben wir Süßkartoffeln auf der Karte. Aber das muss ich eigentlich machen. Brauchen wir warum. Ja, warum nicht? Okay, Döner. Döner sag ich 9. 9 von 10. Dürren 9,5 von 10. Stark. Ist das schon noch stark. Wohl ist deftig, also ist deftig, ich mag es Explosionen. Aber muss ich ehrlich sagen, wenn ich hierher komme, wäre das so meine allerletzte Wahl. Deswegen sag ich so, ist eine gute 8,5. 8,8,5. Stark, Döner. Hallo, mir hat mir mehr gefallen als Falafel. Ich sag dir ehrlich, Bruder, Falafel schmeckt auch gut, aber war von allem am schlechtsten. Irgendwas muss ja am schlechtsten sein. Ein super Iftar haben wir jetzt gehabt. Super Iftar. Super. Sehr super ein Iftar, du. Danke für deine Einladung, Bruder. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst, mein Bruder. Sollte ich das letzte Mal sein. Kommt sehr gerne vorbei, wirklich. Und nächste Woche bekommt Arte sein Geschenk. Also in seinem Vlog dann nicht verpassen. Irgendwas, was mach ich? Überraschung, nächste Woche. Checkt gerne den Dönerladen ab, kommt vorbei, unterstützt den Bruder. Danke, Bruder. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Like, da, abone ich den Kanal. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich auch. Schreibt was cooles in die Kommentare. Super Iftar ist es. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.